hallo willkommen da sind wir wieder weiter runde wallheim mit dem alles beliebten tschutschke hallo seine räucherkammer ist perfekt da müssen nur oben noch die haken für die fische hin zu hängen das funktioniert bestimmt dann kann man die ganze hier kann alles voller fische hängen wenn alle von hier aus kommen die tannennadel rein und dann zieht das alles hoch wenn die geräuchert so wir brauchen aber feste kalien hat er mich immer zu stößen wenn ich versuche die kiste genau hinzustellen stößt nicht gut so jetzt werden ja darum will ich drum bitten da bitte ich drum wir brauchen wie nicht many many a king bürgen und das planning barry laufen habe ich natürlich gemeint hat er damit dann jetzt hat er nicht mehr was 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 habe ich schon wieder falsch gemacht du nicht warum krieg ich denn hier jetzt ein comfort bar ja weil das eine komfortabel küche ist er hat ja ich sage ja das ist eine räucherbude da haben wir da gar keinen kamin eingebaut sind wir zum rauch abziehen das ist ja der ist ja kaputt drin der bude gesteckungsgefahr da ist gerüchte mutwillig gestreut gellalala lalalala lala er hat grüchte ich pflanze wieder möhren samen wo sind wir möhren was hingetan erst dort samen gepflanzt bei einem rest für braten nicht rein und wo sind die blaue bären Kiste. Du kannst jetzt mal das ganze Essen nach draußen schaffen mit den neuen Kisten. Das wäre schon mal eine gute Maßnahme. Oh, jetzt kriege ich noch Befehle erteilt. Habt ihr das gehört? Ich tue übrigens meine Plättungswerkzeug in meine Kiste, dann weißt du wo das ist. Klugerweise. Mhm. Das ist ja genial. 28 Schmörungen kannst du liegen. So bin ich halt. Eicht vollkommen. Du gehst ja in die Kiste rein. Was ist das denn hier? Hier dieses Amber Zeug. Sonnencreme. Amber so leer oder was? Äh, Dreinebratenjockey ist natürlich schlecht. 23 Stamina und 23 Gesundheit. Äh, Schweinebratenjockey. Und helfe eine halbe Stunde. Wow. So als Grundding sie. Gar ne Schübel. Gar ne Schübel. Das ist nur ein Honig und ein Schweinefleisch. Mhm, mhm. Mach's gleich mal. Hab ich gerade im Innenbau. Fluffe fertig. Wo sind die Möhrchen? In der Kiste. Aus. Aus der Geste. Keiner mit. Wie kann ich denn davon, kann ich denn nur eins von dem herstellen? Ach, das ist ja. Ich hab noch zwei Möhrchen sehen. Also ich hab' da noch einen blueINGen. So. Das kann ich doch nicht gleich noch machen. Ich hab' da noch mal. Na das kann ich doch nicht lang machen. er macht daran da das hatte ich nicht im blick da sind wir jetzt wieder kaputt gemacht kein nix haben wir jede menge kohle aber kein metal mehr metal steilen ich gehen sie es holen wir müssen das billige essen auch noch vorher auf es zahlen nix das zu wenige gießen alle aufs zahlen wir hatten es an die geschäftsführung zu rüchten wir brauchen blueberries kann man die auch anpflanzen nein ist super ja das ist sicher mobert da kannst du lange rum klicken da wirst du keine mehr finden das kommt mir auch gerade zuvor ich weiß noch was ich bräuchte ich würde einen bogen bauen den habe ich immer noch nicht da bräuchte ich Feinwut und Chorwut ja am besten wir legen uns mal hin damit hier nicht wieder eine ganze Karnevalsgesellschaft kommt und mir auf die Nase haut weg 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 macht nur drei oder vier mehr Schaden. Ja, dann lassen wir es. Also zumindest gegenüber dem Level 3 abgetradeten Billigbogen. Du hast einen Level 3 Billigbogen. In deiner Schublade hast du noch einen Level 2 Billigbogen, habe ich gesehen. Ja, den habe ich aus Versehen hergestellt. Das macht nichts, dann taue ich den aus gegen meinen. Ich habe nicht einen Level 1. Doch, das doch. Ne, habe ich. Ich habe einen Level 3. Ich habe einen Level 3. Dann machen wir meinen jetzt auf Level 4. Wer das? Da brauchst du ein normales Wood. Ja, brauchst du nur 15 Wood und Stinkeleder. Schweineleder. Normales Wood habe ich. Stinkeleder fehlt noch. Schweinchenleder. Ich werde ich da haben. Aber wo? Gottsbeeren haben wir. Oh, da war gar nicht. Geht gerade so. Upgrading, Upgrading. Nein, da habe ich gerade weggegeben. Du Idiot. Du Idiot. Fühlst du auch noch so wie damals? Alter. Bleib ja zwei Meter weg. Ach, die Birken sind groß geworden. Guck mal. Ne, eh ne erst mal bloß. Doch, du hast ja mal eine neue Tür eingebaut. Du hast, du hast gesagt? Ja, oben. Ja, oben. Habe ich ja gemacht. Ja, oben. Oben, oben. Oben hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, ich baue eine neue Tür ein. Ich baue jetzt hier erst mal eine neue Tür ein. So. Alles Flüge. Ja, genau. Das müssen wir machen. Irgend so was in der Richtung. Ne, ne, ne. Ja, mach das mal. Nicht ausrechnen. Alles. Ausreden. Ausreden. Immer. 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 Übrigens, ich habe dir Essen in die Kiste getan. Richtig. Das kannst du alleine fressen ins Dreck. Mein qualitatives Superessen in der Chat. Was sagt er denn da wieder? Mendo. So. So, und jetzt brauchen wir Blaubeeren. Blaubeeren. Wieso ist jetzt bloß eh eine Böcke gewachsen? Blaubeerenkuchen. Die Augen sind ja aber bestimmt auch. Wir brauchen Blaubeeren und Blaubeeren. Ja. Blaubeeren und Blaubeeren. Jo. Weil ich immer schön Erdbeeren sammle, das haben wir da genug, ne? Ja, die brauchen wir aber nicht. Aaaaaaah. Naja, für das auch, aber mit dem Schwein. Das ist doch billig oder praktisch. Schwein. Ja, jo. Dann, äh. Ne, ja. Wir brauchen wir noch zu Blaubeeren. Wo haben wir eine Blaubeeren? Hast du Blaubeeren markiert? Blaupilz. Blaupilz. Da ist Blaupilz. Wackel ich mal zum Bla... Äh. Wieso habe ich die jetzt weggemacht? Äh. Nochmal hin. Blaupilz. Nein. Blaupilz. 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 Affengesicht. Mach das da hin. So. Ich geh zum Blaupilz. Ich geh Blaupilz suchen. Dann bringe ich noch vernünftiges Wood mit. daughters scheinbar mit. Die wollen wir ja ein bisschen Grippe schlachten. ein Hirsch finden die da verscheucht hast da sind Pilze und da ist ein schlinkeskelett da fliegen die Knochen und nur ein Bogen spawnen die nicht auch nach da unten in der Höhle weiß ich aber nicht warum wilden die da durchstreichen ach so weil die Kurs raus sind richtig und du würdest es sonst die durchstreichfunktion geben sag ich mal ich geh mal hinein ich hab noch nicht gegessen ich geh einfach mal gucken gelbe Pilze gibt es ja die wachsen auch ja das stimmt da kann man auch feines Essen draus machen ja den nächsten wenn wir mal einen Skelettel Spawner finden den nicht kaputt machen kann man da nämlich Skelettel farmen die gibt es doch nicht hier und die gibt es einen Sumpf höchstens die gab es in den Höhlen dann habe ich gesagt nicht die Spawner buf 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 ach so das sind die Höhle die drinnen ja das muss halt abgesprochen sein ja ich hab ja gesagt nicht nicht aber bum 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 und dann ist es geschehen der Hammer fällt fällt der Hammer ja ich hab ich weiß der Schlag das Ente Gelände ach der Piste Hammer hab ich ein paar Pilze hier ja mach ich auch gerade ach gut kann man auch reißen aber Blaubeeren hatte ich noch nicht das Vergnügen im Moment wenn ich Kupfer finde hacken wir Kupfer ja klar Hacke Peter äh äh nein Kacke Peter Hacke ach so da hab ich das falsch verstanden da hätte ich auch Hunger drauf ha 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 früher aus dem Kacke Peter nee Hacke Peter oh du warst gerade bei meinem Blaubeer Spot ja hier sind sie da sind sie schon am aberndern äh Waren aber bloß 3 sind mehr Pilze wie Blaubeeren hier hab ich gesagt Pilze sind hier wirklich viele Blaubeeren waren nur 3 da muss der große stolze Wikinger ja sonst mit seinen Drachenboot die Meere befähren muss er durch eine Waldgrenze und Blaubeeren sammeln das ist ein Drama ein Trauerspiel das ist ein Drama ein Trauerspiel das ist ein Artspiel das ist ein das rappelt in der Distel Blöd, man. Wenn ich Zinn bin, soll ich das auch hacken? Ja. Wo sie was sie nicht lassen können. Ich habe mich schon aufmerksam gelegt, verdammt. Mach mich mal. Kann nicht wahr sein. Da kommt sein Bruder. Du bist doch ein Troll? Ja nicht ein, zwei. Ich bin weg, bin zu weit weg. Den ersten habe ich. Ich bin weg. 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 Aber kann nicht blockieren. Ich habe zwölf Ender. Ich bin weg. 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 weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Boah. Gott sei Dank hat nicht so viel Ausdauer. Ich bin weg. Ich bin weg. Was da deinen Hirsch verwendet? Natürlich nicht. Du denn. Ich bin weg. Da hättest du auch noch. Da hättest du auch noch alles dauer gehabt. Wo ist der Penner jetzt hin? Wo ist er hin? Meine Wacke. Gucken wo er ist. Du musst vielmehr mit Blähungen in der mittleren Mausrad arbeiten. Blähungen in der mittleren Mausrad. Mit weiter weg und näher hin. Naja, Blähungen, genau. Wer kennt sie nicht? Die Blähungen in der mittleren Mausrad. Ich nicht. Oh, der ist ganz nah. Ich höre den ganz nah. Ich sehe ihn ja nicht. Das ist der Eimer. Ähm. Da. Ah, Blaubeeren. Yeah, ich habe einen Blaubeeren gefunden. Wo ist er? Ja, der ist versteckt, der Hund. Hinter dem Stein hat er gesteckt. Der Riese? Nee. Nee, nicht der Riese. Nicht der fiese Riese. Der Hirsch, das Rehm. Das Lamm. Das wusste ich, dass es jetzt kommt. Das war mir so klar. Ich habe es selber schon gerade dran gemacht. Der grüne Miese. Gut. Das Kupfer. Ich habe Kupfer. Das wird markieren. Klappen wir das oder klappen wir es nicht? Brauchen wir eigentlich, ne? Ah, ich glaube nicht. Ich habe noch zwei. Ah, ich habe noch eine. Ah, ich habe noch eine. So war ich nicht. Ja. Da ist wieder alles hier. Irre hier. Umher. Such den Schwein Riese. Ich denke, das ist Blaufern. Ja. Auch. Ich habe den da schon eingeschrieben. Oh, wir haben ein Problem, Houston. Um. Kein Platz. Die sind kein Blauweh. Hier ist Blauweh City. Na, sei froh. Bei mir ist ein Rock hier. Stück blau. Stück blau. Als Zeppchen. Ja. when some gel? den ganzen verkackten wald rum wenn das blau gar city gefunden ja wenn meinst du wie lange das erhält die alle abgerast hat leider die ganzen steine liegen lassen ich kann nur kupfer mitnehmen da tut mir leid das geht nicht anders neun ab schon eine neuen kupfer so durch die komischen distel auch mitnehmen ich nehme die moment ja die sind und blöde voll zum nachgucken ähnlich alles hier schon irgendwelche getränke überladen also die volaten aus kann ich so markiert habe stehen punkt alle mut zusammengerissen richtig ruf an und attacke hinsetzen mit x ne war die erholung höher ne das weiß ich nicht ob die da höhe ist wenn sich im freien hinsetzt muss am freien glaube ich wenn du nachher und restbrauch haben willst musst du schluss hinsetzen und so wie anders was so cool muss so grob das ist was ist das In den kleinen Mast so grob. Was machst du denn? Bist du in der Höhle drinnen? Ja. Ich sehe. Ruck geworden. Nicht den Spaller kaputt hauen, wenn hier einer drin ist. Das wünschen. Ja? Ja? Oh Kerne. Sehr gut. Also ich kann praktisch nichts mitnehmen. Du musst alles du mitnehmen. Weil meine Minder ist voll. Was hast du denn alles dabei? Kupfer, Erz, Zinnerz, Blaubeeren kann ich raushauen. Blaubeeren? Rode Pilze kann ich raushauen, Pisteln kann ich raushauen, Knochen kann ich raushauen. So jetzt habe ich ein bisschen Platz. Aber du hast sowieso Gewicht, bist du doch voll, oder? 192. Ja, dann ist das der Blödsinn. Wieso? Naja, die Steine wiegen nicht. Wieviel hast du denn Steine? Wieso die Steine wiegen nicht? Ne, hier die Klunkern wiegen nicht. Ja, ja, ja. Okay. Ich habe es verstehen. Wo? Was ist hier? Noch gesperrt. Achtung. Down. Abwarten. Hier ist ein Spawner. Na gut. Geh du da weiter. Pack hier am Spawner. Oh ja. Oh, hier sind jeden im Kurs. Drei Stück und Gerippe. Alles mögliche. Geh das mal einsammeln da hinter mir. Und ich hau die Typen auf den Kopf, wenn die reinkommen. Ich hau die Typen schon auf den Kopf. Na dann? Ich hau die Typen. Irgendwie ist vorne kaputt, Mann. Boah, der ist 10 Kilometer weg. So. Hallo. Ha, ha, ha. Ah, ha. Ha, ha. Phänomenal. Jetzt kannst du Knochen formen. Ja. Hallo. Ich bin nicht erpigend. Gut. ja das schwingt fast zwei sekunden wenn du drückst ich habe da lange gedrückt wenn du gut saß ich sehe das wenn die um wollen ja 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 das ist gut alles gut jetzt blenden 87 von 88 und den nächsten er hat mir getan ich muss um die ecke gehen ich glaube ich jetzt 32 lebt der nächste hallo vorbei gemogelt ist fantastisch pilz nachwerfen gucken hammer 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 wo ist denn das plapps hier 17 18 jetzt abschleppel 18 Ich ziehe meine Bogenschütze. Kommt er? Oh ja! Sehr gut. Ich bin einwandfrei. Und wenn ihr so wollt und da vorne ist, kommt der nächste. So, ich würde jetzt mal gerne kurz da rein gucken. Hier ist noch ein Pilz. Und noch was anderes als ein Pilz. Ja. Komm, komm. Ich bin mal kurz hin durchgeladen. Da sind immer jede Menge Schürtling groß. Ja, deswegen will ich mich ja hingelernt. Da sind alle genutzt. Ja, und hier liegt noch was. Ambeer liegt hier noch rum. Und nochmal Ambeer. Ne, Ambeer Pickel. Na gut, dann tue ich zwei raus. Ja, so. So, ist mit dir, du Kackvogel. Aha, irgendwelche Wünsche. Alles klar. Danke. Äh, mit dem machen wir Hecky Hecky. Ich laufe mit dem einmal um die Ecke. Hecky Hecky. Tralala. Guck, guck. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so nah bin. Ja, lass das. Warte, ich gehe zurück. Hier. Hier ist noch was. Das bräuchte mit, das bräuchte. Alles klar. Go. Glocke. Weg. Ja, prima. So, ich würde sagen, wir haben fertig. Ich habe 50 voll. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Äh, ich kann noch. Ich habe erst 6. Ich habe einen Stack mit 6. Und? Ja, lass noch das gleich Fatschform jetzt. Wenn wir immer dabei sind. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das macht doch Überwachungsskill. Nicht verkehrt. Geh mal holen. Sehr gut. Gelastert. Das ist gemein. Das klappt prima. Hier können wir schön Knochen fahren. Fantastico. Halt. Hahaha. Abgeb Knochen. Ich habe jetzt 15. ich habe club 19 in the club da kannst du blocken trainieren ja mach ich ja die club ist gleich fertig ach so nimmst du ans messer oder so da macht so nicht so viel schaden da liegt das ganze zeug auf dem boden liegen der kollege was ist das du bist da machen wir mal ich habe keine steine 25 26 26 hier sind noch mehrere im gang 29 20 nun los willkommen so oh oh mein gott aber wir sind gleich auch wir haben ja natürlich mega übertrieben da steht noch ein gelber pilzen da ist ja schon wieder gewachsen das schwert unten ist glaub ich wusste die skelett häckselmaschine hast du herrschköpfe einstecken zufällig nein glaube ich nicht so das gelass hier raus alles kaputt da liegt noch heute hier hinten da muss bis irgendwas los werden wegen Gewicht oder wie viel Gewicht trägst du ich trage nicht viel Gewicht 100 doch 200 jetzt gleich ja 200 ist doch egal du hast doch 300 Fahrerkraft und jetzt willst du mir Kupfer abschieben oder ja ja ich hab keinen platz mehr ja aber du kannst mir noch etwas leichteres geben nur wegen Gewicht ausgleichen da kann ich schmeiß dir mal hier das zinn her so wo liest du denn hier im Gang stehst du drauf verdammt ich hab äh Knochen auch so ja schmeiß die Knochen runter hier im Gang hier 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 weg so jetzt bescheiden rumhampeln hier haben wir ja habe fertig habe fertig auch hier noch noch so 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 die letzte äh 47 ist fantastisch den können wir als vorne lassen die licht nach noch einmal spawnen und dann wird es halt so ok so einsammeln haben wir uns Geldschädel noch gekriegt zum Schluss hier ist raus hier ist raus das hat 45 minuten haben hier rumgeackert mein lieber Mann aber hat sich auch gelohnt jede Menge Skelettelköpfe fantastico liebe Leute wenn das keine hervorragende weltmeisterliche Aktion war dann weiß ich auch nicht wir müssen noch nach Hause in diesem Sinne sag ich bis zum nächsten Mal haben wir die Ehre machts gut bye bye tschüss